Leute, wir sind zurück bei Cat Quest 2. Im letzten Part haben wir beim Tarnfell-Umhang aufgehört und da werden wir jetzt auch weitermachen. Schauen wir mal, let's go! Jetzt erinnere ich mich, mein Felderstab kann die Kiste öffnen. Bitte helft mir, ihn zurückzubekommen. Das geschützte Labyrinth. Der Stab ist in meinem persönlichen magischen Reich. Ihr müsst dort hineingehen und ihn hier herausbringen. Ich webe einen Zauber, um den Eingang zu offenbaren. Oh, es gibt dort ein Labyrinth. Folgt einfach den Fackeln. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch Abkürzungen. Haltet die Augen offen. Okay, dann wissen wir ja Bescheid. Folge den Fackeln, halte nach Abkürzungen Ausschau. Okay, folgen wir den Fackeln erstmal. Gut, das war's. Gut gemacht, Brudi. Gut, das ist schon mal keine Abkürzung. So, das war's. Okay, der Hund hat ihn gleich vernichtet. Sehr schön. So, wo landen wir? Okay. Warum besitzt die Zauberkatze so ein Labyrinth, Alter? Der uralte Magier. Das wird dann jetzt sehr interessant. So, dann hier. Ich bin gespannt, wie lange wir für dieses Labyrinth brauchen. Gehen wir aber erstmal hier lang. Ach, scheiße. Sehr ernsthaft. So, dann rennen wir mal wieder geradeaus. Wir haben ja keine Wahl. Ach, kacke. Hier waren wir ja gerade. Toll. Dann gehen wir aber mal runter. Hier ist nichts. Gut, keine Abkürzungen. Na, ich hab ein schlechtes Gefühl. Hier waren wir schon. Okay. Dann müssen wir einmal hier lang, glaube ich. Hier waren wir nämlich noch nicht. Wie gesagt, die Gegner bringen uns halt auch kaum was. Also brauchen wir die auch nicht besiegen. Also wir nehmen die Gegner auf den Weg jetzt hier mit. Wie den. Aber sonst. Das war ein True Hit, Alter. Tschüss. So, dann einmal hier lang. Toll. Ah, wir haben es geschafft. Nice. Okay. Gut gemacht. Du nimmst den Felderstab. Anspielung auf den Elderstab, glaube ich. Du gibst dem uralten Magier den Felderstab. Das ist der... Miau, haha. Ich fühle die Macht. Meine Macht ist fast vollständig. Oh, hier. Nehmt meinen alten Stab. Blitzstab. Danke. Kommt und besucht mich wieder. Ich habe die Truhe geöffnet. Du wolltest den Umhang... Umhang, richtig? Die Rache von Grindelmiau. Ja, Grindelwald. Danke. Der uralte Magier zeigt euch den Tarnfellumhang. Oh, das ist süß. Ihr dachtet, ich würde euch das wirklich geben? Ich bin Grindelmiau und ich werde diesen Umhang nutzen, um mich an Miaubledor zu rächen. Also an Dumbledore. Oh, ihr seid verwirrt. Einer der Erinnerungskristalle war beschädigt. Erinnert ihr euch? Aber da ihr mich jetzt... Da ich mich jetzt an alles erinnere, werde ich es euch zeigen. Du weißt, dass ich die Existenz der Magie auslöschen wollte, richtig? Was wäre, wenn ich stattdessen den Zeitzauber nutze, um alle Stadtkatzen in einem Reich der gefrorenen Zeit zu fangen? Sie werden ewig ziellos umherirren. Warte, du kannst nicht einfach die Nicht-Magier bestrafen. Zwei falsche Taten ergeben keine richtige. Sie behandeln auch dich schlecht, Miaubledor. Wir sollten nicht diejenigen sein, die sich ändern müssen. Du ziehst das wirklich durch? Ich versuche nur, uns zu helfen. Du musst das doch sehen. Danach hat Miaubledor meinen Zauberspruch sabotiert und mich stattdessen in diesem Reich gefangen gehalten. Zeit für meine Rache. Er muss im Hauptquartier sein. Gehe zum geheimnisvollen Hauptquartier, aber schnell. So, wir haben keine Zeit für euch Lappen. Also, Lehrlinge, wir sollten auf die Nicht-Magier nicht herabblicken. Meine Königin, ihr habt Gründelmiau freigelassen. Er ist sehr im Miauchtig. Ich werde... Ha, was wirst du tun, Großpfoter? Oder sollte ich Miaubledor sagen? Du kannst mich nicht besiegen. Deine Lehrlinge werden auf meiner Seite sein. Was? Ihr zwei Könige habt zu viel Angst, um näher zu kommen? Sehen wir so aus, oder was? Gründelmiau legt den Tarnfellumhang an. Sehen wir, wie ihr gegen einen unsichtbaren Feind kämpft. Ja, Budi, das Problem ist, deine Waffe ist nicht unsichtbar. Tschüss. Du hebst den heruntergefallenen Tarnfellumhang auf und... ...den Felderstab. Ich hätte ihn in der Vergangenheit vernichten können, aber ich habe mich vor dieser Last gedrückt. Am Ende hat das Weglaufen nur ein Kreislauf des Hasses gestartet. Wie dieser Krieg. Du hältst Großpfoter den Tarnfellumhang hin. Wir brauchen das nicht. Es wird nicht mehr davon gerannt. Wir werden kämpfen, um diesen Krieg zu beenden. Meine Könige, behaltet den Umhang. Danke, dass ihr uns alle gerettet habt. Viel Glück. Tarnfellumhang. Nice, damit haben wir jetzt den Tarnfellumhang. Und wir legen ihn auch gleich mal an. Leider ist der Tarnfellumhang jetzt nur so, dass wir halt nur unseren Kopf sehen können. Also, scheiße, welche Rüstung hatte ich vorher an? Stimmt, ich glaube, den Ninja-Schleier, oder? Nee, den hatte ich doch vorher nicht an. Bin ich jetzt dumm, oder so? Ich glaube, die Sturmrüstung hatte ich an, oder? Weil die Sturmrüstung hier tatsächlich der bessere Deal ist. So, wir bleiben bei der Sturmrüstung. Äh, so, jetzt, wir hatten noch zwei Quests, die wir machen wollten. Äh, einmal hier ganz oben irgendwo, glaube ich. Hier. Und irgendwo eine Stufe anderswo-Quest, die ich jetzt auch erstmal suchen muss wieder. Äh, hier unten nicht. Ich muss gerade mal gucken, ob wir irgendwo schon was holen können. Hier sind überall Truhen. Felingards Grab, da kommen wir später sowieso hin, glaube ich. Ähm. Also, schauen wir erstmal. Maun's Küste, von da sind wir, glaube ich, gekommen. Nee, hier wollen wir auch noch nicht hin. Da waren wir schon, die haben uns, glaube ich, gekillt. Gut, dann, kleinen Moment. 65er-Quest, irgendwo hatten wir da noch eine. Ich bin doch nicht blöd. Ich glaube, das war die Haupt-Quest. Im Katspital ist nichts. Hier ist auch nichts, außer diese zwei Fragezeichen-Dinger noch. Und da ist eine Stufe 50er-Quest. Okay, mehr haben wir anscheinend nicht. Das sind zwei Quests. Let's go. Dann gehen wir erstmal nach ganz oben. So, der tiefe Wald. Das Katspital. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Der Bauer, rede mal mit uns. Habt ihr ja schon vom alten König Taz 4 gehört? Die Legenden besagt, dass er besondere silberne Truhen in allen Verliesen versteckt hat. Zum Spaß. Und der einzige Weg, sie zu öffnen, ist, die Höhle vom Monster zu befreien. Verrückt, hä? Ja, okay. Jetzt weiß ich auch, wer die silberne Truhen da anplatziert hat. So, wir müssen am schwarzen Wald vorbei. Durchrennen können wir nicht, weil wir sterben. Ganz einfach gesagt, wir verrecken. So, Nordwache. So, gehen wir. Wollt ihr, Krieger, helfen? Einer unserer Soldaten ist verschwunden. Wir benötigen Hilfe, um ihn zu finden. Der Soldat Miauan. Also, der vermisste Soldat heißt Soldaten Miauan. Und ist verschollen. Ich werde seinen letzten bekannten Koordinaten markieren. Bringt den Soldaten sicher zurück, Krieger. Tazifü... Tazifische. Tazifische Wasserscheide? Ja, Tazifische Wasserscheide steht hier. Okay, nice. So, aber zuerst aktivieren wir mal das Ding hier. Buch der ersten Könige. Auszug 4. Hört Geflüster, dass ihr nicht seht. Lauf, flieh, solange es noch geht. Auch die Könige fürchten ihn gar. Seine Korruption wird wahr. So, sehr schön. Hier haben wir eine Höhle. Da gehen wir rein. Versteckter Vorrat. Du findest ein Stück Papier. Für den Fall, dass ich es vergesse. Ich habe den Schlüssel im ultimativen Vorrat versteckt. Niemand wird auf die Idee kommen, dort danach zu suchen. Ha! Ich hoffe nur, dass ich diese Notiz nicht wieder verliere. Im ultimativen Vorrat. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir das noch... Gucken wir mal, ob wir das machen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Die letzten Koordinaten. Ach, hier muss der Schlüssel sein. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Okay, krass. Hier geht es nicht weiter. Aha. Level 90, Hunde, Alter. Oh Gott. Was machen denn diese Level 90 Hunde hier? Vorsichtig. Kein Bock gegen Level 90 Hunde zu verrecken, Alter. Das war's. Easy. Na, ah, 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 ah. Hoi, 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 hoi. Okay. Hier ist nur Geld drin. Auch nur Geld. Auch nur Geld. Das waren alle Truhen. Du findest ein Stück Papier. Diese Botschaft ist nur für die Leithunde. Geh vom Feuer nach Südwesten. Dies führt zu einem super geheimen Schatz. Verliere diese Notiz nicht. Geh vom Feuer nach Südwesten. So, dann müssen wir jetzt erstmal das Feuer wieder suchen. So, hier ist der Ausgang. Das heißt, das Feuer ist, wenn wir weiter nach runter gehen. So nach Südwesten. Das heißt, in diese Richtung. Ah. Du spürst, wie irgendwo etwas aufgesperrt wird. Gucken wir mal, was in der einen Höhle war. So, den Dungeon haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Das heißt, hier müssten wir alles haben. Dann gehen wir erstmal wieder zu der Höhle zurück. Zum Vorrat. Da hinten. Versteckter Vorrat. Ja, genau. So, Vorsicht. Sterben wir jetzt so die Alternative, die ich am liebsten nicht wählen würde. Aber tot kriegen sollten wir ihn trotzdem easy. Nein. Oh, scheiße, Alter. Noch so ein Treff, aber wir sind down. Okay. Nice. Besiegt. Wir kriegen eine Menge Knete, Alter. Oh, boy. Alter, geil. Rüstung des Skelettkönigs ist nochmal aufgestiegen. Unser Dogo wird immer stärker, Alter. Ja, das war's. Dungeon abgeschlossen. Hier gibt es nichts mehr. Geil. Damit haben wir das auch erledigt. So, hier kriegen wir bestimmt später auch noch eine Quest. Aber wir haben hier noch eine Höhle, bevor wir das Papierchen da machen. Grab des Anhängers. Level 55. Gehen wir rein. Ach, scheiße. Dass die, die die Mien platzieren können. Naja, das ist nervig. So, was macht denn der lahme Drache hier? So, auf Wiedersehen. Äh. Oh, hier lernen wir Magie. Königsblut. Erwecke deine innere Kraft. Du hast Gravi-Wuff gelernt. Maximal Mana ist auch aufgestiegen. So, was bringt uns Gravi-Wuff denn? Zieht Feinde in ein schwarzes Loch. Oh, der Angriff ist gut. Ähm. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was ich dafür wegmachen will. Eigentlich nichts. So, geben wir das unserem Hund. Aua. So, der ist tot. Vorsicht, der stirbt. Yes. So, komm mal mit, Budi. Du musst nur hier hin. Hab keine Angst. So, das war's. Easy. Er ist tot. So, aber wir haben noch nicht alle Gegner. Ihr seht es ja. Wir haben hier irgendwelche Caktis noch, die wir weg-caktien müssen. So, Level 66 haben wir auch. Alter, das war's. Nice. So, Level 66 haben wir erreicht. Hier ist noch so eine Truhe. Feuerstab. Ja, nehmen wir mit. So, und dann holen wir uns noch die Truhe hier. Sturmhelm. Gucken wir mal, ob der jetzt wieder schon wieder besser ist. Ich will nicht noch mehr, ich will jetzt nicht mehr, weniger Angriff riskieren. Wir sind eigentlich so gut, wie wir gerade sind. So, auf geht's. Hier haben wir aber noch die Undewinti-Ruin. So, Tafel untersuchen. Ja, teste deinen Mut und unser Schatz wird dein. Na toll. So, das war's. Easy. So, Welle 2. Ach, das waren schon alle. Okay, nice. Kann man machen. So, auf der anderen Seite dürften jetzt welche sein. So, auf Wiedersehen. Rolle, Attacke. Bam. Ultimativer Spezialangriff. Oh, das war's. So, ich sollte mich healen. Vorsicht. Nice. Magier-Kätzchen, Alter. So, das sind die K-9, Alter. Alter, die rasten ja komplett aus. So, da hinten haben wir keine K-9, sondern Skelett-Spaßis. Die natürlich aber auch... Oh, Gott. Ah, Miau. Das ist Gravi... Gravi-Wuff. Gravi-Wuff ist... Gravi-Wuff ist halt richtig unfair, Alter. So, tschüss. Wettbewerb abgeschlossen. Der Schatz gehört dir. Lila-Kata... Hm. Nice. Der ist zwar im Moment noch schwächer, ich glaube, aber den machen wir fit für unseren Dogo. Dann kriegt unser Dogo mal eine Nahkampfwaffe. So, und hier haben wir auch gleich Hot-Hot-Dogo. Ja, ich möchte meinen Hot-Hot-Dog gerne verbessern. Hau mal bitte auf Stufe... 20. So, dann gucken wir mal. Ja, jetzt ist er stärker. So, und... Ich würde gerne nochmal Ex-Kalli-Schnur ein bisschen leveln. Um mindestens 15 Level. So, sehr nice. Vom Angriff her sind wir jetzt einfach 100 Punkte stärker. Das ist vollkommen okay. So, aber weiter geht's. Jetzt haben wir unser ganzes Geld, was wir vorhin gekriegt haben, einfach ausgegeben, ne? Leute, ihr sucht nach Miauern. Ja, ich weiß etwas. Wir müssen ungestört sprechen. Trefft mich am Grab des Anhängers. Gut, dann gehen wir zum Grab des Anhängers. Wieder mal. Psst, hier drüben. Wuff. So, dann einmal dahin. Der Schaden jetzt schon ist schon wesentlich krasser drauf. So, tschüss. Jetzt müssen wir die aber trotzdem erstmal alle vernichten. Das kannst du schön vergessen, Alter. Ah, unser Dogo hat mal Schaden gekriegt. Okay, nice. Ihr seht aus der Nähe beeindruckender aus. Ich wollte nur sagen, bitte nehmt Miauern nicht fest. Nee, ich wurde am Schnurrmacher, ich wurde am Schnurrmacher Beach gefangen genommen, aber Miauern hat mir geholfen zu entkommen. Der Katzenhauptmann will ihn bestrafen, deshalb ist er hierher entkommen. Ihr sagt, dass ihr ihm helfen werdet? Gott sei Dank, wir treffen uns draußen. Alles klar, los geht's. Ja, ich finde das halt auch so süß gemacht, dass die Katzen und Hunde im Krieg sind. Krieg ist jetzt nichts Geiles, aber in dem Spiel seid ihr halt nur um Helfen und das ist ganz cool. Mein Name ist Wuffers, nehmt dies als Zeichen des guten Willens. Hundesoldatenherr. Ich werde euch zum Miauern bringen, muss nur etwas herumschnüffeln. Ich komme gleich zurück, kommt und findet mich wieder. Okay, los geht's. Hey, ihr wolltet Miauern helfen, stimmt's? Jetzt ist es sicher, sich mit ihm zu treffen. Aufspüren von Soldaten Miauern. Wuff K, Miauern sollte auf uns warten. Folgt mir und bleibt nicht zurück. Lasst mich Miauern rufen, wartet hier. Verbellt, es ist leer. Eine der Patrouillen muss Miauern gefunden haben. Oh, ich richte eine Spur. Folge der Spur. Ja, gut, Miauern kann noch ein bisschen, ach, müssen wir jetzt eh machen. Alles klar. Oh, ihr seid ihr beiden hier, um mir zu helfen? Reingefallen. Oh je, ich bin weg. So, dann müssen wir die, wir müssen Miauern unbedingt retten. Das war's. Miau, hey, hier drüben. Oh, also ihr seid diejenigen, von denen Wuffers mir erzählt hat. Danke, dass ihr mir helft. Hier. Nice, Katzensoldat, krass. Ich weiß, der Hauptmann denkt, ich sei ein Verräter, aber das bin ich nicht. Wuffers sah so verängstigt aus. Und ich, ich musste etwas unternehmen. Miau. Sei es drum. Komm später zum versteckten Camp. Nice. Aber erst mal werden wir dann jetzt in die Höhlen gehen. Weil die können wir hier alle dann schon mal mitnehmen. Ja, guck mal, jetzt versucht er wieder abzuhauen, dieser kleine Kaktus, Alter. So, den Heal habe ich jetzt leider aus Versehen aktiviert, aber das ist egal. So, das war's. Easy. Äh, noch mehr? Ja, auf jeden Fall. Viel zu einfach. So, was haben wir hier? Scharlach-Rotorys. Die hatten wir schon. Mal gucken. Alter, was? Oh, yes. Die nehmen wir. Und der Kundschafter-Helm verstärkt uns auch durchgängig. Haben wir sonst noch einen anderen Helm? Ich guck gerade mal alles durch. Das hätte ich viel früher mal machen sollen. Wir hätten uns, wie ihr seht, viel besser ausrüsten können. Gucken wir mal, wie es aussieht mit unserem Hundefreund. Ob der noch irgendwas Gutes hier ausrüsten kann. Nee, alles würde seine Magie schwächen. Ach, deswegen kann ich den Katana nicht nehmen. Ah, ich verstehe. Weil Katana ist tatsächlich, äh, physischer Angriff und da haben wir extrem wenig. Ich nehme dann lieber mal nochmal wieder den Eismagierstab oder den Felderstab. Nee. Den Eismagierstab, weil der greift nämlich mit Magieschaden an. Nee, das würde uns weniger Magie geben. Außerdem ist es physisch. Das ist auch physisch. Gut, dann haben wir nichts mehr so. Dann sind wir gut ausgerüstet. Weiter geht's. So, jetzt sind wir gut ausgerüstet mit der Scharlach-Roten-Rüstung und unserem Abenteuerhelm. Vorsicht, nein. Yes, das war's. Sehr schön. So, wir haben den Dungeon, wie gesagt, noch nicht gelöst. Wir haben ihn in so einem bekackten Kakti, Alter. Und jetzt haut er auch noch ab, der Feigling. So, hier hatten wir sonst nichts. So, Vorsicht. Wie gesagt, der kam mit seinen Scheißkugeln. Das war's. Nice. Feuerstab. So, gucken wir mal, ob der Feuerstab jetzt mehr Schaden macht. Nein, macht er nicht. So, dann einmal... Wir werden jetzt hier hingehen. Hier haben wir auch noch eine Quest, aber wir haben eh noch andere Quests. Ähm. Oder haben wir näher am... unserem Ort? Oder soll ich die Quest noch reindrücken am Camp? Ich glaube, die drücke ich noch rein. Wir haben ja noch zwei Minuten. Gut, ihr seid zurück. Ich benötige eure Hilfe, um meinen Tod vorzutäuschen. Nachahmen von Soldaten Miaoan. Wenn der Hauptmann glaubt, dass ich tot bin, kann ich einen... kann ich einen neuen... neuen Anfang wagen. Hier, zeig dem Hauptmann meinen Helm und sag ihm, ich sei im Katzenhimmel. Miaoan gibt ihr seinen Helm. Sie werden eine Gedenkfeier abhalten, um es offiziell zu machen. Danach wird es für mich sicher sein, zurückzukehren. Gut, auf geht's. Dann kehren wir mal zurück zu dem Soldaten. Wir wollen die Quest mit Miaoan ja auch beenden. Du gibst dem Hauptmann Miaoans Helm. Dieser Verrä... Ähm. Miaoan ist tot. Verstehe, aber bevor wir die Gedächtnisfeier abhalten, müssen wir den Soldaten rächen. Wir beginnen unseren Angriff gegen diese Köter. Ich habe Stinkbomben für diese Köter gesammelt. Geh und hol sie mir. Aber der Geruch zieht Monster an, also beeil dich besser. Danke. Danke, Brudi. War klar. Warum auch nicht? Das war ja klar, dass wir sofort auf Monster stoßen, Alter. Weil die scheiß Stinkbomben ja meinen Monster anziehen zu müssen. Toll. Warum dann erst Stinkbomben dahin platzieren, Alter? Richtige Genies. Schwöre. Du hebst hier halb aufgefressenen Stinkbomben auf. Tja. Du gibst dem Hauptmann die halb aufgefressenen Stinkbomben. Was ist das? Die Monster haben die Bomben gefressen? Wir können die nicht benutzen. Verbellt. Das ist schlimm. Ich habe gerade Informationen erhalten, dass diese Köter angreifen werden. Kämpfer. Spioniert sie aus und beseitigt ihre Angriffsmöglichkeiten. Na dann. Spionieren wir die Hunde aus und beseitigen ihre Angriffsmöglichkeiten. Und dann sind es natürlich auch nur Stinkbomben. Also, ich denke das jetzt mal, ne? Diese Katzen werden nie die Wasserbomben erwarten, die wir für sie vorbereitet haben. Wuff. Jawohl. Und wir haben sie bereits im Südosten dieses Camps zusammengetragen. Konzentration. Man weiß nie, wer zuhört. Bleibt wachsam. Im Südosten. Der Hundekaserne. Da. Du zerreißt die Wasserbomben. Tja, das war's. Das war's mit den Wasserbombenbrudis. Erledigt. Zufriedenstellende Arbeit, Kämpfer. Nehmt das hier. Momentan ist es ein Pad. Wir halten Miauerns Gedenkfeier später ab. Kommt wieder Herkrieger. Gut, gibt's hier irgendwo in der Nähe einen Speicherpunkt? Ja, gibt es. Leute, dann würde ich sagen, wir werden Miauerns Quest im nächsten Part fortführen. Wir werden an der Nordwache jetzt speichern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Cat Quest 2 Content oder Cat Quest Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020